Sonst ziehen immer mehr Wolken auf und der Wind, der frischt im Nordwesten schon stürmisch auf. Am späten Vormittag sind an der Nordsee erste Orkanböen möglich und südlich einer Linie Freiburg bis nach Berlin merken Sie von all dem noch nichts. Am Nachmittag breiten sich die Wolken mit teils kräftigen Regen auf den Norden und Westen aus und der Wind wird dazu immer stürmischer auf den Bergen und an der Nordsee haben wir dann die stärksten Böen. Bis Sonntagabend fegt der Sturm auf den Brock mit bis zu 170 kmh, an den Nordsee mit bis zu 130 und auch im flachen Land im Westen und Norden sind Sturmböen mit dabei mit Tempo 100. Dazu ist es mit 9 bis 13 Grad nochmal sehr mild, am Oberrhein klettern die Temperaturen sogar auf 14 bis 16 Grad. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein ganz entspanntes Restwochenende und passen Sie am Sonntag bitte gut auf sich auf.